So, ich begrüsse euch zu Paladins, ich versuche mal ein MOBA zu spielen. Das sind die Champions, die wir schon haben und ja, ich denke, ich habe jetzt einen, den ich mal ausprobieren machte Spiel, Quests, ok und ja, Match beitreten, yes und ich nehme, ach scheiße, ich wollte doch den, ah ich kann den, ok, Drogos, ja gut, haben wir verschiedene Dinge zur Auswahl, noch nicht, also es ist ein Free-to-Play-Game, aber es überzeugt mich sehr und mal sehen, wie sich die Action abspielt. So, ich bin bereit. Yes, ein bisschen laut ist es. Ich muss das noch ändern. So, wenn ihr mich nicht hört, ist es nicht so schlimm, also ich mache hier eh Stream und ja. Und jetzt? Ja, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Wir haben Drogos, einfaches, was haben wir denn? Nachverwenden, blablabla, okay. Es ist immer noch im Spawn-Bereich, also wir müssen noch nichts machen. Wenn der Nelfi unter 15, maximale Waffenhöhe. Erhöhe Fluggeschwindigkeit, alles. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Also, wie ist es jetzt nochmal? Option, Tauschenbelegung, Überkraft ist E und das andere ist Q und F. Okay, ich hoffe, ich kann es mir merken. Zurück zum Spiel. Gut. Das sind unsere Kumpels. Und es läuft auch schön flüssig, das gefällt mir extrem gut. Ja, es ist ein bisschen Overwatch-mäßig, aber es ist nicht dasselbe. Und es ist kostenlos. Das ist für mich das Schönste. Hahaha. Ich habe zwar schon Battle-Born gekauft, früher mal, aber es läuft irgendwie nicht auf meinem PC, dass es ansehnlich ist. So, wir müssen zum Spawn-Point. Na, warte jetzt! Ah, verschwind doch! Es ist Blut! Ja, lösch! Was denkt jeder? Wow, ich habe echt einen Arcade-Werfe. Das ist geil. Und schon bin ich besiegt. Okay, ich spawne ja wieder. Drei, zwei, eins. So, ich muss wieder hin. Es ist das Blut nicht so weit weg. Mit dem Pferd geht es ganz schnell. Wir müssen eine Ware eskortieren. So, ich gehe mal hier lang und hier. So, jetzt aber! Läuft! Läuft, läuft, läuft! Läuft! Was habe ich aus? Okay. Oh! Geil! Ich brauche Bavi-Maffi! Na, warte du! Ich kriege ich! Ha! Jetzt haben wir noch aus Fertigkeit. Nix. Oh! Ich kann jumpen! Okay. Nett! Okay, ich werde mal bereit, dass wir hier... Mann, was macht ihr denn? Kommt doch hier! Entschuldigung, wollte ich nicht angreifen. Ja, es gibt keinen Friendly bei hier. Mann! Du gehst mir auf den Keks! Leute, komm! Ah! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Kommt schon! Wir müssen zum Spawn-Point hier! So geht's! Dankeschön! Den beschützen wir jetzt! Ich lade kurz nach! Ich habe bei mir nichts auf ich! Auf ich sollte eigentlich eine Fertigkeit sein! Ich glaube! Okay! Wow! Also, der Ritter gibt mich extrem auf den Keks! Was ist das eigentlich einer? Ja, der hat noch ein Schild! Genau! Ich würde auch ein Schild haben, wenn ich da wäre! Da pflatzt einfach so eine riesige Bombe hin! So, jetzt aber... Reload! Da ist schon wieder einer! Gut, zum Glück sind wir gut! Zum Glück sind wir gut! Aber ihr könnt es gut sehen! Ich habe versucht, mich nicht zu sehen im Street! Und bei mir läuft es ganz flüssig! Ah, komm! Verschwind, du! Ich breche mal die Granaten! So, bleibt keine gute Idee! Nein! Das tut mir nichts! Ah, der ist saustark! Ich finde nicht geil, sowas! So, jetzt sind wir wieder so! Meine Fähigkeit! Hey, was bringt das ein? Also, ich hatte für eine andere! Also, so eine... Tracy! Nein, so eine Black Widow! Oder wie sie heisst bei Overwatch-Jobber! Naja! Die Idee ist viel besser! Ein bisschen Wumms in der! Kanone! Das finde ich geil! Ja, ja, ja! Du gehst mir auf den Keks! Wow! Ich kann ja noch eine Fähigkeit! Was war das jetzt? Autsch! Das war mein Knie! Boah, Aschloch! So! Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind nicht so weit weg, oder? Nein, nein! Sind wir nicht! Gesundheit! Oh Gott! Was? Was war das jetzt? Hahaha! Scheiss! Ich weiß nicht! Ich muss ja spawnen! Wo du es so siehst! Ah, da unten ist es! Halt die Klappe! Ich mach ja! Ja, ja, ja! Ich auch nicht! Ah! Ah! Shit! Ah, Mann! Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen! Beziehungsweise den Spawn abwarten! Naja! Wow! Was bist denn du für einer? Okay! Oh! Sexy! Also ihr seht schon genau wie Battleborn, das ist ein bisschen... Vergleichen! Vergleichbar mit... Also ich find's geil! Ich find die Grafik flüssig! Die Optik schön! Die ist kostenlos! Man kann es auf Steam kostenlos downloaden! Was macht ihr hier? Macht doch nicht so'n Shit! 5... 4... 3... 2... 1... So! Wir reiten mal! Wir reiten mal! Wir reiten mal! Ich geh mal euch nach! Ja! Äh... Okay! So! Wir verteidigen! Wegen euch! Wieso alle auf mich?! Wieso alle auf mich?! Wieso alle auf mich?! Wieso?! Hat das einen Grund?! Hä?! Ich wollte Essen mit mir! Hehe! Ich wollte Ärger mit mir?! Und nein! Es sind leider noch nicht alle freigeschaltet, aber... Ich find so... Kann ich besser ausprobieren! Ja! Man muss ja... Gute Mini zum bösen Spiel machen! Es ist ein gutes Spiel! Also mir gefällt's absolut! Also... Ich find's geil! Ah man! Oh man! Vor allem, dass der so schöne Kabummi hat hier! So... Wow! So! Ich bleib mal hier oben, ne?! Nur, dass ihr's wisst! Nur, damit ihr's wisst! Ja, ich denke, es sind alle jetzt Pokémon zocken! Und... Es ist Mittwoch und... Aber... Ah ja! Lass uns jetzt mal rausprobieren... Ah, ich kick dich! Ich hab dich gekickt! Ich kicke! Ich kicke! Ich kicke! Und da, ich kicke! Ah ja! Ich kicke! Ich hab ja was für hier! Ich hab ja was für hier! We load! So, kann ich jetzt immer noch? Yeah! Bof! Ich finde es besser als... Als Dings! Team Fortress! Was macht eigentlich der? Oh! Die Feuerkugel! Jetzt hat sie gebracht! Feuerkugelt! Hehehehe! Ah, du bist da! Ja, warte! Warte! Was? 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 Was hab ich denn jetzt hier? Was? Was? Hä? Was? Was? Was ist denn das jetzt? Ich hab... Ich hab die Kasse für... Ach, das war zu übermacht! Oh, der geil! Ah, ha, ha! Ah! Ah! Was? Ah! Du Arsch! Du Arsch! Na warte! Wenn ich das zu einer Mutter erzähle, die würde ich tätscheln! So, jetzt müssen wir nochmal zu da! Ah, da bin ich gerade erschrocken! Ich dachte, ich mach doch hier die Fähigkeit, um zu fliegen und der Blödsicht brecht ja nach vorn! Alter! Voll geil! Wo sind sie alle? Verdammt, ich hab den Faden verloren! Wo sind jetzt alle? Huhuhuhu! Schatzi! Da! Nein, du, du! Ich geh nicht, ich geh nicht! Ah! Geh da! Baden, du! Na! Ziehverklatscher, du! Ziehverklatscher, du! Ziehverklatscher! Geh, weg, 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 geh, weg! Ich hab euch bald! Ich mach hier als Alleinnehmer! Lass mich durch! So! Oh! Oh! So läuft's! So läuft's hier! Also, ich seh hier im Stream, dass das ein bisschen ruckelt. Ich hoffe, es ruckelt nicht, aber bei mir ruckelt's gar ein bisschen. Also, nicht so gut, es kann nicht 60 FPS, aber das ist nicht so wichtig. Verschwinde, du, du blöde Klette, du! Ich hau dich in Stücke! So. Seht ihr, das hab ich gedrückt? Ich war irgendwie so plötzlich... Ah, ich hab auf E! Das hat sie über... Uh! Das hat sie übermacht! Das hat sie übermacht! Das hat sie übermacht! Mann, ihr gib mir! Nein, 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 nein! Das kannst du gleich vergessen, du Bursche! Alter, der ist sau stark hier, dieser Dracomz. Oder wie heisst der? Ja, 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 ja! Na, warte! Ja! Und jetzt? Ja, und jetzt? Und jetzt? Haben wir gewonnen? Haben wir verloren? Das sind also Bestien, ne? Bastion! Ich sag immer, ich sag immer Bastion! Ich bin ja Schweizer und... Mann, ich hab meine... Das ist also zuverschwissen! Entschuldigung! Ohne Horrorspiele! So geht's, ne? Ja! Also ich bin ja Schweizer und wir sind eher Französisch gelagert. Also sag ich eher Bastion! Als Bestien! Und jetzt sagt man Bestien? Ich hab keine Ahnung. So geht's los? Ich bin ganz heiss! Es ist auch schon ganz heiss! So! 3, 2, 1! Und jetzt los! Yeah! Und ich hab ja selbst ja nicht das Let's Play genommen. Ja, ich kann mich dann das Video downloaden, und dann macht dann irgendwie einen Park draus, so... So! Wo, 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 wo sind wir denn jetzt? Wo ist unsere Ehe verdammte Ehe? Da ist er! Wieso müssen wir jetzt schon wieder da hin? Mann! Okay, ich muss... Alter! Was ist los? Was ist los? Du bist Ärger! Hier kannst du haben! Ich hab genug im Ärger! Hier noch Ärger! Da noch Ärger! Komm nur her! Mann! Der ist echt gut hier! Mann! Du hast mich gesehen! Das ist nicht fair! Die geht mit! Übertreibt! 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 We're out! Also, heisst das ist jetzt, wir haben hier schon einen geschafft, oder wie? Oder waaat! Also, ich bleib hier oben! Ich hab keine Ahnung! Was blöde bei den Mobas ist! Bei den Mobas und ich, ich hab keine Ahnung, was mahne tun soll extra mal mal! Also wir haben doch vorhin geschie- Du hast es gleich vergessen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Bleib weg. Nichts für dich. So eine blöde Spawnbeach. Yeah! Sieg! Das ist doch geil. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ich freue mich. Okay. Wow. Die hat ja... Brustpanzer. Okay. Das werde ich jetzt sehen. Target Lockdown. Okay. Und jetzt? Nein, ich will nicht neu spielen. Ich will jetzt mal... Ja, das war dieser... Dings. Nein, 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 nein. Ich will, ich will, ich will. Startseite. Ich will jetzt mal erzählen, was wir eigentlich als Champions haben. Die wir schon haben. Also das ist Cassie. Das ist die mit dem großen Brustpanzer. Was hat die für Fertigkeiten? Die hat... Bogen. Aha, Deaktivierung. Was? Feuer, ein Pfeil, Sprengschuss, Ausspähen. Ja. Das ist so der... Der... Der Bastion. Der Bastion. Der... Was hat der für Fähigkeiten? Nein, 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 die Übermacht. Genau. Was? Entfeste einen Zorn und übertachte deine Schubdüsen. Ach so. Und jetzt? Okay. Der war... Ach so, der ist aber jetzt mein Favorit gerade. Ja, her hat. Vielen Dank.